Und was wir natürlich wissen wollen am 21. September 2018, wie lautet denn die LOS-ID heute? Ich denke, Sie sitzen schon, wenn Sie mitgespielt haben, voller Spannung jetzt vor Ihrem Fernseher und wir haben eine kleine Pause, um die Spannung noch etwas zu erhöhen. Und da kommen Sie dann endlich, die Zahlen, die so viel Geld bedeuten können, wenn man sie dann hat, die LOS-ID. Die aktuell lautet 74655, 74655. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Und Sie wissen ja, es werden ja auch noch andere mitbedacht, die in dem Kreis leben oder in der Stadt leben, die ja ange- oder ausgewählt worden ist. Und dieses Mal ist es der Hochtaunuskreis. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie viel Geld wird dann ausgespielt. In diesem Fall die Gewinnklassen, Gewinnklasse 1, einmal 10.431 Euro, zweimal, nein, einmal 2.500 Euro, fünfmal 500 Euro, 56 mal 50 Euro, 263 mal 10 Euro und 1043 mal 5 Euro. Na, das hat sich doch gelohnt. Und wenn es nur die 5 Euro sind, für das nächste Mal mitspielen, ist doch egal, macht nochmal doppelt so viel Spaß. Tja, und zum Schluss haben wir noch ein Gewinnerprojekt für Sie. Die ökologische Forschungsstation Schlüchtern e.V. für Ihr Bienenmobil, eine bewegliche Ansiedlungshilfe für solitäre Bienen und Insekten, erhält. Also die Zuwendung dieses Mal der Umweltlotterie, genau.